Heute werde ich dir etwas Wunderbares erzählen. Egal wie alt du bist, gesund und munter zu bleiben ist eigentlich ganz einfach. Oft sehen wir das Altern als eine unvermeidliche Sache an, aber wie wir diesen Prozess handhaben, liegt ganz in deiner Hand. Du kannst damit beginnen, darüber nachzudenken, was du deinem Körper zuführst. Die richtigen Nahrungsmittel, insbesondere solche, die reich an Antioxidantien, Omega-3-Fettsäuren und Ballaststoffen sind, können dir helfen, dich stets jung zu fühlen. Regelmäßige Bewegung ist ein unverzichtbarer Teil dieser Reise. Aktivitäten wie Spazierengehen, Schwimmen, leichtes Krafttraining oder Yoga helfen, deine Muskeln zu stärken und deinen Geist frisch zu halten. Vergiss nicht, Gesundheit ist nicht nur eine körperliche, sondern auch eine geistige Angelegenheit. Aktivitäten wie Rätsel lösen, eine neue Sprache lernen oder an sozialen Veranstaltungen teilnehmen, halten dein Gehirn aktiv. Mit diesen einfachen Schritten kannst du, egal wie alt du bist, energisch und lebendig bleiben. Vergiss nicht, Alter ist nur eine Zahl und du hast großen Einfluss darauf, wie diese Zahl dein Leben beeinflusst. Lass uns gemeinsam auf diese Reise gehen, um die Geheimnisse von Gesundheit und Jugend zu entdecken. Schau auch unbedingt in der Beschreibung vorbei, dort haben wir für dich unsere speziellen Stoffwechsel-Suppen-Rezepte verlinkt, die nicht nur Bauchfett verbrennen, sondern auch deinen Stoffwechsel dauerhaft beschleunigen. Diese Rezepte erhalten alle unsere Zuschauer als Dankeschön fürs Ansehen kostenlos. Älter werden kann für manche nur eine Zahl sein, für andere jedoch ein besorgniserregender Prozess. Aber vergiss nicht, du entscheidest selbst, wie du den Alterungsprozess erlebst. Mit einer gesunden Lebensweise kannst du unabhängig von deinem Alter jung und vital bleiben. Hier sind einige Tipps und Vorschläge für einen gesunden Lebensstil. Zuerst möchte ich über die Wichtigkeit der Ernährung sprechen. Eine ausgewogene Ernährung versorgt deinen Körper mit dem benötigten Treibstoff und unterstützt das reibungslose Funktionieren all deiner Organe. Eine gesunde Diät spielt eine wichtige Rolle bei der Reduzierung des Risikos von Herzerkrankungen, Diabetes und einigen Krebsarten. Eine gesunde Ernährung sollte viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und fettarme Proteine enthalten. Grünes Blattgemüse, Früchte und Vollkornprodukte versorgen den Körper mit den benötigten Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen. Außerdem unterstützen nährstoffreiche Lebensmittel wie Fisch, die reich an Omega-3-Fettsäuren sind, die Gehirngesundheit und Herzfunktionen. Du kannst auch mit außergewöhnlichen Zutaten wundersame Getränke für Gesundheit und Jugend vorbereiten. Diese Getränke werden dir Energie geben und deinen Körper auf natürliche Weise stärken. Hier sind einige Rezepte für Getränke, die du mit besonderen und ungewöhnlichen Zutaten zubereiten kannst. Zuerst kannst du ein Entgiftungswasser mit Aloe Vera und Chia Samen probieren. Aloe Vera ist eine effektive Pflanze zur Verbesserung des Verdauungssystems und zur Feuchtigkeitsversorgung der Haut. Chia Samen sind bekannt für ihren hohen Ballaststoffgehalt und Omega-3-Fettsäuren. Füge einem Glas Wasser einen Esslöffel Aloe Vera Gel und einen Teelöffel Chia Samen hinzu, lass es einige Stunden stehen und trinke es dann. Dieses Getränk wird sowohl dein Verdauungssystem beruhigen, als auch dich lange satt halten. Ein weiteres interessantes Getränk ist Spirulina mit grünem Apfelsaft. Spirulina ist ein Superfood, das reich an Proteinen und Antioxidantien ist. Du kannst einen Teelöffel Spirulina-Pulver zu etwas grünem Apfelsaft hinzufügen, um dieses gesunde Getränk zuzubereiten. Diese Mischung wird deinem Körper Energie geben und dein Immunsystem stärken. Diese außergewöhnlichen Getränkerezepte werden nicht nur Farbe in deine tägliche Routine bringen, sondern auch deine Gesundheit unterstützen. Vergiss nicht, dass für ein gesundes und jugendliches Leben das, was du isst und trinkst, von großer Bedeutung ist. Mit diesen Rezepten kannst du deinem Körper wunderbare Nährstoffe zuführen und dein Energieniveau erhöhen. Auch die Aufnahme von Wasser ist sehr wichtig. Da ein großer Teil deines Körpers aus Wasser besteht, hilft eine ausreichende Wasseraufnahme, dass deine Körperfunktionen reibungslos funktionieren. Wasser reinigt den Körper von Toxinen, reguliert das Verdauungssystem und sorgt dafür, dass deine Haut feucht bleibt. Täglich genügend Wasser zu trinken, kann deine allgemeine Gesundheit erheblich verbessern. Die Vorteile von körperlicher Bewegung sollten auch nicht vergessen werden. Regelmäßige Bewegung stärkt die Muskelkraft, erhält die Knochendichte und verbessert die Flexibilität. Darüber hinaus ist Bewegung auch für die geistige Gesundheit wichtig. Sie fördert die Ausschüttung von Endorphinen, reduziert Stress und verbessert die Stimmung. Ein paar Mal pro Woche, vorzugsweise täglich, Aktivitäten wie Spazierengehen, Laufen, Schwimmen, Radfahren oder Yoga zu praktizieren, ist ein wichtiger Teil eines gesunden Lebensstils. Die geistige Gesundheit ist ein oft übersehener Aspekt eines gesunden Lebensstils. Geistige Gesundheit ist ein wichtiger Teil der allgemeinen Gesundheit und Lebensqualität. Stressmanagement, geistige Übungen und ausreichend Schlaf sind für die Erhaltung der geistigen Gesundheit von entscheidender Bedeutung. Stress kann viele Gesundheitsprobleme verursachen, daher ist es wichtig, stressreduzierende Aktivitäten durchzuführen. Meditation, tiefes Atmen oder Hobbys können den Stress verringern. Auch soziale Interaktion ist ein wichtiger Faktor, um die Lebensqualität zu verbessern. Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen, an sozialen Gruppen teilzunehmen oder ehrenamtliche Arbeit zu leisten, reduziert das Risiko von Einsamkeit und Depression. Soziale Unterstützung erhöht die Widerstandsfähigkeit in schwierigen Zeiten und verbessert das allgemeine Glücksgefühl. Einen gesunden Lebensstil aufrechtzuerhalten, kann den Alterungsprozess angenehmer und weniger belastend machen. Jung und vital zu bleiben, beschränkt sich nicht nur auf Ernährung und Bewegung. Geistige und soziale Gesundheit sind ebenfalls wichtige Teile dieses Prozesses. All dies in eine Routine umzusetzen und als Lebensstil anzunehmen, ist etwas, das in Ländern mit einer hohen Anzahl älterer Menschen üblich ist. Lass uns dieses Thema mit Beispielen von vitalen älteren Menschen in Japan weiter konkretisieren. Japan ist weltweit als Symbol für ein langes und gesundes Leben bekannt und die ältere Bevölkerung dieses Landes sticht durch ihre aktiven und vitalen Lebensstile hervor. Japanische Senioren sind hervorragende Beispiele dafür, wie ein gesunder Lebensstil nicht nur in der Theorie besteht, sondern auch praktisch umgesetzt werden kann. Zum Beispiel sind die älteren Menschen auf der Insel Okinawa unter den langlebigsten Menschen der Welt. Die Menschen in dieser Region folgen einer kalorienarmen und nährstoffreichen Diät, essen viel Gemüse, Sojaprodukte und Fisch. Außerdem legen die Okinawaner großen Wert auf regelmäßige körperliche Aktivität und ein aktives Leben in der Gemeinschaft. Soziale Bindungen und das Gemeinschaftsgefühl sind ein wesentlicher Bestandteil ihres Lebensstils. Ein weiteres inspirierendes Beispiel kommt aus der Region Nagano. Nagano ist eine der Regionen Japans mit der höchsten Lebenserwartung. Die ältere Bevölkerung dort betreibt regelmäßig Gartenarbeit und nimmt an Bergwanderungen teil, was dazu beiträgt, dass sie körperlich aktiv bleiben. Darüber hinaus haben die Bewohner von Nagano ihren Salzkonsum reduziert und eine überwiegend pflanzliche Diät angenommen, was das Risiko für Herzkrankheiten und Bluthochdruck senkt. Diese Beispiele betonen die Bedeutung von Ernährung, körperlicher Aktivität und sozialen Bindungen für ein gesundes und vitales Alter. Der Lebensstil der japanischen Senioren bietet ein inspirierendes Modell für Menschen jeden Alters und zeigt uns, wie wir unseren Lebensstil verbessern können. Mit der Wahl eines gesunden Lebensstils kannst auch du trotz fortschreitenden Alters jung und vital bleiben. Um die Geheimnisse von Gesundheit und Jugend noch farbenfroher zu gestalten, möchte ich dir ein paar interessante und ungewöhnliche Dinge mitteilen. Diese Informationen zeigen, dass ein gesunder Lebensstil nicht nur auf herkömmliche Methoden beschränkt ist. Erstens das Waldbaden oder auf Japanisch Shinrin-Yoku. Dies ist eine in Japan beliebte Praxis, die die heilenden Kräfte der Natur nutzt. Waldbaden ist eine Art Meditation, die darin besteht, langsam durch den Wald zu gehen und die Geräusche, Gerüche, Farben und Texturen der Umgebung vollständig zu erleben. Studien zeigen, dass Waldbaden stressreduziert, die Stimmung verbessert und sogar das Immunsystem stärkt. Du kannst in ein Waldgebiet gehen und diese Erfahrung selbst machen. Zweitens sprechen wir über Lach-Yoga, auch Lofter-Yoga genannt. Dies ist eine Praxis, die Lachübungen in traditionelle Yoga-Positionen integriert. Lach-Yoga ist eine Gruppenaktivität, die auf physischem Lachen basiert und darauf abzielt, die Teilnehmer wirklich zum Lachen zu bringen. Es ist bekannt, dass Lachen stressreduziert, das Endorphiniveau erhöht und sogar Schmerzen lindern kann. Also, du kannst deine Gesundheit erheblich verbessern, einfach indem du ein bisschen lachst. Mit diesen interessanten und ungewöhnlichen Methoden kannst du deiner Gesundheits- und Jugendreise eine neue Perspektive verleihen. Jede von ihnen kann deinem Lebensstil eine unterhaltsame, innovative und belebende Dimension hinzufügen. Vergiss nicht, Gesundheit und Jugend sind nicht nur auf das beschränkt, was du isst und welche Übungen du machst. Wie du deine Seele und deinen Geist näherst, deine sozialen Beziehungen und deine Verbindung zur Natur sind ebenfalls wichtige Teile dieses Prozesses. Um jeden Tag gesünder, stärker, glücklicher und erfüllter zu leben, beginne damit, diese innovativen Ideen in dein Leben zu integrieren. Für dich können Gesundheit und Jugend nicht nur ein Lebensstil sein, sondern auch ein Abenteuer, das jeden Moment deines Lebens bereichert. Außerdem empfehlen wir dir, deine Fettverbrennung mit unseren speziellen Stoffwechselsuppen zusätzlich extrem anzuregen. Die Rezepte dazu findest du im ersten Link in der Videobeschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal und gib dem Video einen Daumen nach oben, um mehr inspirierende und informative Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen! Um in den späteren Jahren jung zu bleiben, ist es wichtig, offen für innovative Ideen und Aktivitäten zu sein. Sich ein neues Hobby anzueignen, verschiedene Kulturen zu entdecken oder eine neue Sprache zu lernen, hält deinen Geist lebendig und verjüngt dich. Neue Leute kennenzulernen, verschiedenen Gemeinschaften beizutreten und deine sozialen Interaktionen zu erhöhen, hält dich geistig lebendig und verbunden. Diese Interaktionen halten deine Leidenschaft für das Leben wach und machen jeden Tag bedeutungsvoller. Vergiss nicht, das Leben ist ein endloses Abenteuer, das in jedem Alter neue Türen öffnen kann. Genieße jedes Alter und umarme alles, was das Leben dir bietet. Lass uns in den Kommentaren wissen, welches Thema dich am meisten interessiert und wir werden unser Bestes geben, auch dazu ein Video machen.